Ich bin Neoblade. Wir sind im Neo-School-Format. Wir sind auf den neuen Karten, die bald in den Leatherpool kommen. Hallo Tamara. Hallo Klaus. Nicht genug Minimums. Es ist Zeit, zu sagen goodbye. Für mich, weil ich bin Terraner und das bedeutet, du hast Chancen. Mega Chancen. Auf Deutsch heißt diese Karte übrigens Wildwuchs. Finde ich auch ein bisschen elvernd. Ja, wobei Overgrowth und Wildwuchs, das geht gerade nicht so. War mein Depot einfach mal zu spät. Das finde ich gut. Das heißt, ich bin gleich Supply-Blocked. Aber das ist ja jetzt egal. Das ist jetzt noch egal. Völlig korrekt. So wie die Tamara das anspricht, für Leute, die das erste Mal einschalten. Der Supply-Block-Trigger beginnt erst ab 3.45. Und man muss mindestens 18 Supply haben. Wobei ich das noch nie ausprobiert habe, einfach mal auf 10 Supply zu bleiben für 100 Jahre. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht so fürchterlich sinnvoll. Kommt ja wohl an. Wenn du mir ein Auto hinzugeben willst, vielleicht schon. Stimmt. Aber ich habe mir sagen lassen, von ganz fähigen Menschen, dass du dann eventuell böse reagierst. Und bevor ich riskiere, nie wieder mit dir zu spielen, mache ich alles Mögliche. Aber ich riskiere auf keinen Fall, nicht mehr mit dir spielen zu dürfen. Das wäre für mich ganz, ganz, ganz schlecht. Dann darfst du auch nicht 100 Jahre nur 10 Arbeiter haben. Genau. Das fand ich so krass, fand ich in der Ladder. Ich habe jemanden getroffen, der baut im ganzen Spiel 3 Arbeiter. Und das Spiel hat also, weil ich einen super schlechten Tag hatte... Oh oh. Ich glaube, ich brauche mein erstes Zettel. Okay. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Ich habe einmal Obermitz gestorben. Und das ist nie so gut. Ich bin ein bisschen traurig, dass sie auch nicht so rausgeht. Ihr und zu? Ja, ich fand die erste Mal doof, aber irgendwie habe ich sie doch ein bisschen liebgewonnen. So, jetzt wird es knapp, glaube ich. Ich muss cheaten. So böse. Kein Arbeiter mehr bauen. So, aber das ist jetzt halbwegs fertig. Und ja, jetzt geht's. Oh, da werden die Aros rufen. Ja, das tut mir als Tirana sehr leid. Aber immer hassen wir es gegen mich und meine Sonden. Ich kann es euch zugeben, dass du die nicht magst. Ich vergesse wieder alle Steuergruppen. Es ist wieder. Brillant, brillant, brillant. So, legen wir mal hier alle weg. Ich mache da irgendein Quatsch. Oh, das war noch keine so gute Idee, was ich hier tue. So, wie sieht es denn eigentlich mit so pleitig groß aus? Im Moment noch ganz schlecht. Arbeiter bauen, Arbeiter bauen, Arbeiter bauen. Das ist eine Kunst. Das muss wirklich gelernt sein. Okay, komm, ich sehe es ein. Ich sehe es ein. Arbeiter bauen, böse Arbeiter bauen. Na, nein. Ich sehe es keine Weile. Nur Angst vor dem Supply-Block, dass ich immer 3 Millionen Probe-Supply bilde. Ja, das wird irgendwann mit der Erfahrung auch weggehen. Ich werde sterben, ich werde sterben. Ich will nicht vergessen, einen Bunker zu bauen. Oh, oh, die Arbeiter vergessen zu bauen. Oh, oh, wo ist doch was Falsches gemacht? Na, gut, okay. Oh. Ich und meine Mechanics. Also Terraner Mechanics ist nichts für mich. Not enough Minerals. Not enough Minerals. Boop. SCV ready. Bad news. Go, go, go. Oh. So gut, sogar. Da hin. Gut, die Heizkeit. Aber das bringt die auch nicht. Gut, hätte klappen können, ne? Denke ich auch. Da wird mir gar nichts gebracht, aber gut. Das aber ist, also, du verbesserst halt schon so ein bisschen dein Nuti-Tasking. Das finde ich generell eine gute. Ich versuche. Ich habe es fast richtig gemacht. Ich habe es fast richtig gemacht. Go ahead. SCV ready. Bye. If you want a piece of me, boy. Ah, you scared me. Come on to this. Na gut. Ah, hübsch. Na gut. Man muss seine Energie ausgeben. Na gut. Das kommt davon, wenn man müde eine Rasse spielt, die nicht so ganz den eigenen Fähigkeiten entspricht. Ich bin stolz auf mich. Meine Arbeit dabei. Geht die ganze Zeit nach oben. Perfekt. Großartig. Dann zeigen wir das auch mal. View Profile. Ich kann natürlich als Terraner nicht mithalten, aber ich habe auch dicke Lücken drin gehabt. Ist mir egal, ob du mithalten kannst oder nicht. Ich freue mich einfach, dass mein Balken nach oben geht. Oh, ich hätte dich angreifen können. Mein Army Value war viel höher. Hahaha, aber du hast ja meine Kent vergessen, oder? Achso, die natürlich. Die werden natürlich... Gut, nächste Karte, aber es ist deutlich, es geht wirklich immer ganz nach oben und ich habe vergessen, fünf Arbeiter in die Queue zu hauen. So wie das die Noobs in der Bronze Liga, so wie ich Spiele halt machen sollten. Create Party with Mod. Neo School SCS. SCS steht für Starcraft Schule. Ja, der alte Mod, den haben wir aus Versehen gelöscht und wussten nicht, dass wir dann den Namen nicht mehr vergeben können. So, jetzt ist die Frage, lädt Tamara, lade ich. Oh, das hat doch gerade wunderbar geklappt. Genau, deswegen haben wir jetzt etwas Geduld, warten etwas. Und dann ist das das letzte Spiel. König Seiyong Station heißt, na dann. Ja, ist auf Deutsch auch König Seiyong und dann Station. Ja. Und Station, logisch, klar. Ich werde sie nochmal zumachen. Geh bitte raus. Create Party with Mod. Und schon geht's. Das Bnet ist in seiner Tiefgründigkeit unergründlich. Ja, das stimmt. Gut. Eine Schneekarte. Genau, das ist eine Schneekarte. Dann bin ich mal gespannt, ob wir in der Leather Hidden Bases gespielt werden. Aber schlechte Nachrichten. Zack. Das ist übrigens eine super Karte, um Juff F.E. zu spielen, weil die Wall relativ, was heißt, ja doch, die ist relativ einfach zu spielen. Aber werde ich einfach Screenshots von machen, dann kannst du die irgendwann ganz in Ruhe dir durchlesen. Ja, oder ich werde einfach nächste Woche mal gucken. Mich dann mal hinsetzen, mich damit immer beschäftigen. Auch das ist völlig in Ordnung. Selber denken, könnte man ja auch mal machen, ne? Das ist ganz, ganz was Wichtiges, so wie uns Juffie das beibringt. Ja. Mein Lieblingszitat, was StarCraft angeht. Okay. Ganz großartig. Hat Day9 in meinen Augen etwas bessere Sachen gesagt? Gut, die kennen ich wahrscheinlich nicht, aber ich bin ja nicht alles, ne? Was hat Day9 in meinen Augen gesagt? Good Macro is not in your hands, it's in the eyes. Das heißt, alle APM-Spammer haben eigentlich keine Aktien. Hier wurde heute gesagt, dass ich der erste Mensch bin, der eine 25 APM hatte. Der was hatte? Der 25 APM. 25 APM, okay. Letztens fand ich so cool, dass meine normale APM von 42 auch meiner E-APM, der effektiven APM, entsprochen hat. Während die von irgendeinem Platin-Zerg bei 70 bis 80 lag, aber effektiv 25. Das fand ich lustig. Das ist auch echt gut. Das heißt also, dass ich also eine Redundanz von 0% habe, das fand ich schon krass. Aber ich bin halt auch nicht so langsam, wie Okko es sagt, aber schon relativ langsam. Darauf kommt es ja nicht an, ne? Genau. Gibt es auch dieses eine lustige Jut... Was auch immer. I can win this game with no APM. So, jetzt, ähm, jetzt, ähm, wird's schwierig. Hast du dein Overlord? Ähm, du kannst komplett bis zum Gas wallen, weil hinter dem Gas genau ein Platz für ein Zellet ist. Das nur mal am Rande. Ja, nett, was du mir sagst. So, ich muss noch nicht sterben, Herr... Herr Klausi. Was ist die Probe hier noch? Ähm, da ist die Probe hier noch... Ja, ach so, ich könnte noch zu mal. So. Wir brauchen mehr Minerals. Oh, nein! Schlippst du an den Trigger? nein ich würde ich gerade weil du meine Sonnetöpfe in der Stau gesetzt einfach ich glaube das könnte es für mich gewesen sein ich werde mal versuchen zu verschicken wir brauchen mehr Minerals man sieht den Krieg her echt krass gut drauf um sich zu nehmen wow ich muss ich vergesse meine Injects ich hasse es wenn ich Injects vergesse Ich vergesse meine Injects ich hasse es wenn ich Injects vergesse Ein böser, ein ganz böser, böser, böser. Nein, der ist total super. Glaub mir das. Na gut. Nur weil er mich erren wollte. Na gut. Ich bin müde, man merkt es, dann sterbe ich an Triggern. Und wobei wir das Spiel werden ja gerade mal resumen, aber das ist der einzige Versuch, den ich kriege. Du hast nämlich verdient, gewonnen eigentlich. Ich bin müde und weiß gar nicht, ob mein Oku-Cycle jetzt nicht da war oder noch 24 Sekunden. F5, F5, F5. Rechte Maustaste. Recovery Game. Theoretisch sollten 15 Sekunden reichen. Nehmen wir 16. Und machen Go. Wenn das überhaupt deine Zustimmung trifft. Aber ich glaube, du wehrst dich schon. Ja, also ich habe schon geschrien. Da habe ich gesagt, nein, auf keinen Fall. Ich habe ja nicht so richtig gecheckt, wo hier die dritte ist. Unten links ist eine. Und bei dir oben rechts ist eine. Alles klar habe ich kapiert. Genau, gegenüber sozusagen von der Natur. Also injected hatte ich. Da wo du mich gerade geärgert hast. Natürlich. Ich glaube, ich werde einfach jetzt Creep spammen. Oh, Bärda. Doch, doch, ich werde Creep spammen. Das müsste ja machbar sein. Aber jetzt habe ich auch schon mal hingekriegt. Ich habe irgendwie versucht, eine Queen auf Creep zu senden. Und dann ist sie auf dem Weg. Da, wo ich den Creep setzen wollte, ist sie gestorben. Doch, blöd. Sehr, sehr genial. Auch schön ist ja, wenn man das Game recovert und das im Supply-Block irgendwie ja, 25 Sekunden macht. Aber der Supply-Block ist halt schon hardcore dabei. Gut, bereit? Ja, ich hoffe schon. So, Creep spammen. Thanks, man. Okay, ich habe meine Inject-Queen. Das ist ein Problem. Okay, ich habe meine Inject-Queen. Okay, ich habe meine Inject-Queen. Unsere Forse ist ein Unter-Attack. Nicht genug Energie. Ich habe meine Inject-Queen. Ja, ist ja ein Knaller. Es ging jetzt doch schneller als gedacht. Bis jetzt wolltest du am Trigger sterben, oder was ist los? Äh, ne, wollte ich nicht. Ne, also dass du es nicht absichtlich gemacht hast, ist mir, mir bewusst. Aber... Er ist so pleite Trigger halt, ne? Aber vielleicht überlebe ich die ja mal irgendwie. Am geilsten finde ich an deinem Gameplay, die in absolut interessanten... ...absolut interessanten Spawning Locations für Action. Ja, ich dachte gerade, ich mach mal was anderes. Mir ist schlecht, ich weiß. Aber oben dachte ich, ist deine Armee irgendwie, weil ich gerade hab' ich mich verguckt, war nur ein Punkt. Nicht mehr Punkte. Ich wollte sogar da brechen, weil... ...und ich sollte noch am besten arbeiten. Ich also bin ziemlich glücklich geworden. ... ... Ich mach heute den Supply Block Tag. Du machst halt den Supply Block Tag, aber der ist aus, oder? Deswegen ja, sonst wär ich schon 50 mal gestorben. Ach, das glaub ich nicht. Was planst du garstiges? Ich kenne dich. Du machst irgendwas ganz bitter. Ich kenne nie irgendwas garstiges, ich bin immer ein total netter Mensch. Ja natürlich, selbstverständlich. Also ich bin... Oh! Oh, 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 oh! Damit hat das nicht gerecht, das Schadenmonster. Ja! Mutation. Complete. Mutation. Genauso, be Hof und Sport! Ja mein Herz ist gut! Ich warte, alles publishено! Chuss... Was ist ok? Mutation. book awesome. coaching. Oh, jetzt wird's ganz gefährlich für mich gerade. Habt da ein Problem? Greif an! Oder bau Gates, oder mach irgendwas. Okay, ist heute nicht mein Tag. Ist einfach nicht meine Take. Ich hab nur ein bisschen Overlords über die Karte verteilt. Zack, 4400 Meter rein. Achja... Ich bedanke mich ganz herzlich und würde sagen bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.